hallo willkommen zurück hello welcome back zu einem neuen 3 remastered video und wir sind letztens hier gelandet habe paar mal gefällt aber gut ich hoffe ich hatte gar angst ja genau richtig ja das ist ein kristall aber ganz ehrlich den brauche ich nicht wirklich habe sowieso schon viele verpasst jetzt bin ich am überlegen aber auch bloß mit den pflanzen ja ich muss ja wieder zum wasserfall eigentlich geile perspektive ich hoffe die fällt jetzt ja ja sie mega cool aus ja kristall ist mir zwar leid aber ich meine was war hier noch mal um es sieht auch recht cool aus also ich bin bisher sehr begeistert von dem level so ist mich achten dass ich nicht zu weit springen weil das ist ja sieht man beinahe ich runtergeflogen es wird hier ist ja schön aber die jetzt auch nicht so naja dies don't fall into the spikes laura very dangerous so brauchen wir nicht zu gefährlich weil er kein schwarzer klarer schwarzer käse der war schlecht ich weiß ja ich habe ja gestern eine freundin war ja das wochenende bei mir wir haben dann so so ein film gesehen wird der liebungen das mit berlin und da war so ein und ja ich weiß gar nicht ob ich das jetzt sagen darf man ist dass das jetzt gesperrt wird wir aber ich sag ich sag ich sag lieber nicht zu vorsicht besser ist es besser ist es tut mir leid aber hast du das verloren dann möchte ich mir mal aus der nähe ansehen aber der sieht auch cool gemacht aus ja sieht schon cool aus hatte auch was aber so verloren hatte nix ja das passt doch waren eben schon wir waren freundin der folge am schönen strand und jetzt sind wir hier an einem gruseligen abgrund mit leuten die nachgefallen nach uns schmeißen schießen wie auch immer diese die auf die 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 es gibt hier viele müssen wir halten das habe ich natürlich nicht gespeichert natürlich ist laura schulden ich steuere sie aber trotzdem ist sie selber schuld kennt man ja klar war 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 langen stein das nächste bewegen sich ja ich glaube schon oder jetzt gleich mal ja tatsächlich leute ich bin da unten belegen die an oh gott leute ist das dunkel ist das dunkel ich höre trommeln super 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 verloren so leute vor leute wir haben aber sehr viele fackeln lot of lights ja leute sage ich mal leute sehr oft ja leute schon wieder secret mäßig bin ich jetzt ein bisschen auf den schlauch das war aber früher nicht so aber es passte abend dämmerung oh mein gott das war aber nicht so cool so leute leute ich muss aber leute sagen es ist aber auch viel besser als ach ihr hier so es ist hier jetzt nichts besonders so ja mal jemand das licht an machen mein spaß und ja ich glaube dann müssen wir hin sogar na toll lasst mich doch einfach in ruhe ja ja hier ein feuer zu aufwärmen oder um laura zu rösten wie auch immer so ist ja irgendwas besonderes leute stimmt hier gibt es ja dieses unerreichbare medic pack man das denn konnten das fixen eigentlich schon oder und leute alles so anders aus im remastert ich weiß gar nicht wo ich hin soll ach stimmt hier wären hier wären wir so gehen wir ab ich kann nicht mehr reden the second way oder first way i don't know ja keine ahnung so leute das sieht echt cool aus ich kann es nur wiederholen wo war eigentlich das haus jetzt mit dem medikid hier war ich schon ich bin mir da super unsicher alter den habe ich da gar nicht gesehen das ist so einer mit dem blasrohr shit leute hammer aus das ist ja da oben da ist ja das level ende ja da kommen wir später noch hin war ja vorher schon hier hilfe war hier noch einer ja das finde ich auch so lustig das sieht eigentlich cool aus dem level konnte man noch nicht auf die paar dinger drauf steigen aber im anderen level plötzlich konnte man das auch sehr merkwürdig aber gut so ist das spiel auch gut wie sich das bewegt so so und wow alter ja ich ich würde gerade sagen ich verschwinde hier meine dessen diegel aber ganz ehrlich leute ich habe noch einer wow are you kidding me a lot of oh god no das ist echt dunkel oder das ist mein bildschirm oder sonne ich weiß es doch nicht ähm das hat man das teil obwohl das eigentlich nicht nötig ist aber wir machen es einfach mal und wir halten die waffe auch mal ja da war ich eben drin wo war das noch mal mit dem meditag möchte ich jetzt aber auch mal gern ausprobieren alles hier krass this is meditag 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 und dann speichere ich ja das mache ich sogar habe ich schon gemacht so speichern neuer gott zurück 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 kann ich noch schnell da auch raus 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 das war knapp ja super ich probiere es jetzt einfach mal angeht oder da stand gerade dass man das nehmen kann jetzt mal erst ab wie kann man das nehmen man braucht ja eigentlich alle gegenstände hier aber wie schafft man das wenn man das nicht bekommen das versteht ich habe echt keine ahnung wie das funktionieren soll so richtig richtig ja ich bin hier richtig cool also das level sieht schon cool aus muss ich sagen auch wenn es mega dunkel ist aber es passt halt ne abend dämmerung und man hat ja sowieso ne wenn man in solchen wäldern wohnt oder dörfern die auch nicht auf den karten der welt verzeichnet sind da darf man normalerweise auch gar nicht hin haben wir jetzt auch wahrscheinlich nicht so das licht das ist das lila da oben seht ihr das und ich höre trommeln leute ich glaube ich muss die schmutzende mal benutzen da muss ich zwar ein bisschen näher drangehen aber das passt schon das ist das nieder da ist auch die wälder und der leute ich muss schon wieder eine frage waren das also ich glaube in den level genauso wie in london muss ich viele fragen die schmutzende ist eigentlich voll cool dann muss man ja eigentlich sagen also ich fand sie schon immer cool aber muss halt nah dran sein damit das auch richtig ballert das nehme ich jetzt nicht noch mal auf so ich kann mich wir haben jetzt eigentlich laut der statistik alles secrets aber leute es gibt eigentlich noch eins hier meine ich ich meine das ist das level wo ein secret mehr zu sehen ist zu sehen ist ja ein secret mehr bekommt wer ist der last secret i know we have all four secrets i know we have all four secrets but one is missing trust me so und leute das level das ist so ja es ist so dass ich nicht ich bin das so creepy ja ja okay es war auch schon hier so dunkel aber trotzdem leute ja gucken was das jetzt bringt ich weiß es gerade nicht mehr oder war es darf es geht auch zu oben oh mein gott oh mein gott ich bin so heute bin ich irgendwie schreck gehabt ne eigentlich immer ja okay das war dafür i'm a little bit scary today but not today but today i don't know he he so hä jetzt ist hier schon wieder ein verschlossenes tor close to again why where is the button hä oh god where is the button hä war das jetzt nicht ne das war doch zu die ganze zeit da bin ich jetzt blöd oh god leute ich bin so verwirrt ne das war eben zu das war eben zu so gerade am überlegen wo ist das letzte secret wie geht es vor ort oh no oh wow i know we have all four secrets four out of four what but five out of four in this level i know it's das war noch hier in diesem level englisch ist so kacke ansonsten leute wenn ich das später hier nicht finden muss das auf screen machen okay hier geht es doch nicht lang so einmal hierüber wofür auch immer ich bin die waffe wahrscheinlich sind sie nicht mehr nutzen so was war hier hin wir darunter ich weiß es nicht können ja einfach mal gucken okay let's go maybe something special we are at the beginning yes was war das bitte ja keine ahnung so wie war das jetzt ich glaube ich nicht habe ich würde ich speichern ich habe so das gefühl ist es liegt an der sonne weil ich da nicht so viele i think i need the light because of the sun is the sun is shining at the moment oh mein gott i hope this is right okay 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 sehr gut ganz vorsichtig ganz ganz vorsichtig so ich weiß ja nicht ob hier auch noch jemand ist weil es ist ich benutze so viele fackeln i need a lot of lights das ist zu dark das ist noch oh gott verschwendete zeit nein auch leute das ist ja okay das ist jetzt nicht mega weit aber ganz ehrlich es ist das was ist das ich habe halt das gefühl mir ist hier nichts gegönnt mann sieht cool aus ja aber das ist das ist aber auch voll das ist das mit den händen da macht ich bin ich vorstelle dass es so angenehm ist vielleicht mag die aber ja schmerzen der weiß ich habe keine ahnung so ist so wir machen es darf doch nicht wahr sein nein what what are you doing lara what are you doing boah jetzt werde ich gerade sauer ich weiß ich lachen aber ich glaube dass ich so verzweifelungs lachen ne i'm mad i'm very mad mein gott ist aber wie hervor ich glaube ich sollte darum speichern irgendwie habe ich gerade lust auf ananas ich glaube das ist das feeling hier habe ich so das gefühl an die pineapple auf das level so wie viel haben wir eigentlich ja wir haben bei 17 uhr schon okay zurück alter ganz ehrlich ich gehe jetzt jetzt den lasse ich jetzt einfach mal da oder irre ich mich und es gibt hier keine 5 secrets ja ich glaube ich werde nachher aufs grünen noch mal gucken muss leider sein aber auch vielleicht haben wir ja glück und finden auf dem weg noch das secret wer weiß so ich gut aufpassen speicher mal hier ja das war nix das war nix das war wirklich nicht schade schade aber ja egal ich würde sagen das ist doch ein abschluss yes we are yes that was the end for this art we see us in the next you know some next video in next part wie auch immer bis dann leute ciao kakao bye bye okay